Hallo, mein Name ist Danny. Ihr habt dieses Video vermutlich gefunden, weil eure Miele-Waschmaschine den Fehler F62 anzeigt. Hinter dem Fehler F62 verbirgt sich ein Problem mit dem Drehwahlschalter, also der Wahlschalter, wo man im Prinzip die Programme einstellt. An diesem Wahlschalter kann es sein, dass einfach nur die Kontakte etwas verschmutzt sind und ein unplausibles Signal an die Elektronik weitergegeben wird. Es kann natürlich auch daran liegen, dass der Wahlschalter selbst defekt ist und getauscht werden muss.